So, meine lieben Leute, willkommen zurück zu Let's Plays for Mario 64 DS. Mit der letzten beiden Pass bin ich gefühlte hundertmal abgekackt in dieser bescheuerten Bowser-Welt. Ich hoffe, dass ich die endlich mal mit allen acht roten Münzen und den zusätzlichen Sternen hinbekomme. Ja, ich würde es mir wünschen, damit der Scheiß endlich mal hier fertig wird. Da wünscht, da sage ich... Ich gebe es irgendwann auf, Alter. Ich komme nicht zurück und sage hier nichts mehr zu denen abstürzen. Und ich bin bald schon... Ich bin bald Game Over. Na toll. Also, wenn es jetzt nicht klappt, kriege ich die Krise. Schön langsam angehen. Egal, ob ich meinen Arsch verbrenne oder nicht. Und egal, ob ich dann die Blume benutzen muss. Ich will jetzt hier nicht immer zu verrecken. So. So. Leute, Leute. So, jetzt aber. So, mein lieber Mario. Jetzt kriegen wir es von mir hin. So. Sollte ich es nicht... Sollte ich es nicht schaffen jetzt. Vielleicht schneidest du es dann raus. Oder, naja. Raus schon dann ist doof. Nun gut. Wo ich eigentlich das Spiel recht gut kann, aber irgendwie... Auf dem PC zu spielen ist halt was anderes auf dem richtigen DS. Nein, du schmeißt mich nicht runter. Und hier fahre ich auch nie runter. So. Jetzt. Gut. Ist bloß keine Renntaste drücken, sonst bin ich schnell wieder unten. Erstmal schnell... Schneller wieder unten, als mir lieb ist. Ich muss mal kurz pausieren. Gut. Weiter geht's. Äh, wo war ich? Ach ja, genau. Hier lange laufen. So, über die... Dinger müssen wir jetzt... Über diese... Äh, äh... Wie kann man die denn nennen? Ah! Hm. 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 Ja. Wie gesagt, ich sag jetzt nichts mehr dazu. Ja, ja, ja. Ach Gott, da halte ich mit drei Paar an diesem bescheuerten Kurs auf. Echt. So. Bald wäre ich schon wieder runtergefallen. Nein, da schalte ich nicht mehr. Ja. Jetzt müssen wir mich nicht mehr ablinken, jetzt konzentriere ich mich ja immer voll. Hm. Ja, toll. Konzentration. Von... Voll von Arsch. Konzentration. Nochmal. So. Gut. Endlich. So. Zurück. Gut. Na, brauchen wir nicht ins Ausein. So. Jetzt hier hoch. Ob das ein bisschen schneller geht. Ja, ich hole mir liebe mal... Das Leben. Sprünge mal zur Folge. Bei den Goombas. Lass mich ja zufrieden, hier bin ich hier. So. Von Arsch. Sehr gut. Und ich klapp... Klappt es jetzt endlich. Über drei Wochen doppelt warten und dafür nicht runterfallen. Also, falls jemand einen Knochen hinterher und hört, das bin ich hier, sondern ein Hund. Jetzt aber. Jetzt schaffe ich das. Endlich. Leben holen wir hier. So. Geht doch. Konzentration, 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 bloß nicht runterfallen. Und du lässt mich zufrieden, hab ich gesagt. Shit, Vieh. So. Hier runter. Und jetzt... Schön aufpassen, dass ich nicht runterfalle. So. Sieben Münzen. Ich hoffe, dass es nicht wieder so ein Goomba runterschmeißt. Ähm. Ja. Ah. Glück gehabt. So. Jetzt müssen wir hier hoch. Erstmal. Gut. Ja, toll. Also muss ich das auch auf die Weise... Okay. Ich melde mich zurück, wenn ich da auch Trottmünzen habe. Puh. Endlich. So. Da bin ich wieder. Endlich alle acht Trottmünzen eingesammelt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht mehr hier runterfallen. Jetzt müssen wir hier hoch. Die Treppe hoch. Und da ist der Stern. Ach. Endlich. Mein Gott. Es hat noch zehn Minuten gedauert, bis ich das endlich hatte. So. Na ja. Jetzt machen wir noch... ...den hier. Ja. 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 Na gut. Machen wir den halt jetzt. Jetzt ignoriere ich die Rottenwünzen, weil ich ja alles schon hab. 41 sterne das kommt auch seltsamerweise burses nachricht nicht mehr nun gut das renne ich einfach durch hier macht den stein schalter und ich schon ohne runterzufallen jetzt bleibt dann vielleicht auch noch mal zeit um bowser zu besiegen also so wie fast ich mich jetzt langweilig aber das wird auch nicht in späteren dürfen nicht mehr so sein warum habe ich jetzt einfach alle ignorieren alle rund münzen so als geht das sieht man wie schlecht ich bin sind jetzt drei Partner drei Parts die ich in der Bescheid dieser Welt verbringe rechts blöd bin zu spielen es ist ein Treffelstunde über eine Dreiviertelstunde hätte mich das scheiß dinge auf das drückt mich ja selber auf ich will mal weiterkommen wenn ich zig 100 Parts dafür benötigen mit einer Playlist ich will dass eine Playlist reicht werden schon genug Let's Plays sein die mehr die mehr benötigen werden als 200 Parts Final Fantasy Vieh zum Beispiel was ich noch machen will oder Final Fantasy irgendwas mit dem blödes Vieh so was müssen wir hier hoch wieder Sternenschalter aktivieren und wieder zurück und ich bin nicht runtergefallen Gott sei Dank aber fast jetzt hier runtergefallen und schaffe ich das noch nein ich schaffe es nicht mehr ich falle runter das ist ja auch gar nicht so leicht und Game Over das erste Mal Game Over gegangen Ja Es ist anders eben also die Discourse immerhin die Grund die gerade läuft falls ihr sie hört, weil es das Mikro ist. Und was lieb genug ist, einfach ignorieren. Das tue ich auch gerade ignorieren. Laba, 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 laba. Also bisher läuft da jetzt ganz recht gut. Jetzt muss ich nur noch den 42. Stern bekommen. Na. So. Warum schaffe ich das jetzt noch? Ist ich nicht. Ich habe es nicht. Okay, wenigstens bin ich nicht runtergefallen. Das ist schon mal gut. Also probieren wir es nochmal. Naja, ich weiß, dass ich das nicht mehr hinbekommen habe. Na, ich bin rückwärts heute. So. Ich muss noch etwas pausieren. So. Und wieder weiter geht's. Ähm. Jetzt müssen wir mal den Teil mal wieder auslaufen lassen, sonst schaffen wir es nicht. So. So. Ey. Schnitt. So. So. So bis auf 15 Minuten. So.